Hallöchen Freunde, weiter geht's mit der nächsten Folge, ich hätte nicht gedacht, dass er noch kommt, aber mit der nächsten Folge Polizei 2013. Wir haben 497.675 Punkte, 7.500 gab es für die letzte, für die letzte, für den letzten Tagesbefehl und ich wollte eigentlich 500.000 haben und ich hab mal eine ganz tolle Idee. Okay, ich würde es einfach nur mal gerne ausprobieren und zwar werden wir das diesmal so machen, absichtlich, dass wir erstmal 2500 Punkte holen, das machen wir am besten aus Notrufen oder aus, na, Falschparkern, das wird ein bisschen dauern, aus Notrufen und sobald wir diese 2500 Punkte haben, werden wir dann unglücklicherweise einen Unfall bauen und ich hoffe mal, dass es keine negativen Konsequenzen hat, sondern, dass es dann... Oh, schnell, 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 frischer Tat, hier, komm, 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 komm. Was ist das? Zack. Das gab schon mal 1000. Und sobald der weg ist, gibt es nochmal Punkte. Wie sie eben hier reingegangen ist und dann sieht man nur die Scheinwerfer und sie kommt da rausgerannt. So, wo ist sie? Da, eine Flasche Bier dabei, ne? Hier, komm. Ey. Dann geh am besten wieder... Ja, jetzt kann ich dich auch... So, 1,4. Jo, komm. Der Kollege ist eh grad da, dann nehmen wir dich auch nochmal mit. Einsatzfahrzeug wird benötigt. Nehmt er den hier auch mit? Haha, wunderbar. Na, ich würde ja eigentlich sagen, die Folge fängt bombastisch an. Denn wir brauchen jetzt nicht mehr 2500, sondern 500 oder 575 Punkte. Traumhaft. Traumhaft. Ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt einen Unfall baue, sind die Punkte dann weg? Eigentlich ja nicht, ne? Sobald sie hier stehen, sollten sie ja eigentlich dabei bleiben. Und vielleicht wären wir sogar befördert, obwohl wir dann unser Auto geschrottet haben. Und wir können uns auch... Achtung, Doktor. Ein offenbar betrunkener Randalierer greift Passanten an. Tatort, Kaiserstuhlstraße. Begeben Sie sich sofort zum Tatort. Nehmen Sie den Angreifer fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Jo, machen wir das. Kaiserstuhlstraße. So, und eigentlich wäre es ja obligatorisch, wenn wir jetzt 500 Punkte kriegen und uns dann 75 fehlen und wir einfach ein Auto abschleppen. Das hat uns ja geprägt, hier den Abschleppdienst zu machen. Es sind auch überall Autos, die wieder auf uns warten würden, aber... Nein, wir machen derzeit was anderes. Wie gesagt, nehmt das hier als kleine Spaßfolge. Sollte es klappen, nehmt es als ernsthafte Folge. Denn wenn wir hier aufsteigen und wenn wir dann vielleicht sogar das Spiel beendet haben, dann werden wir das auf jeden Fall sehen. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Natürlich hier wieder welche mit... So, welchen sprayen wir an? Den hier, ne? Und den nehmen wir so mit. Oh. Na gut. Dann halt so und so. Und jetzt bin ich sehr gespannt. 500 Punkte bitte einmal. Und danach werden wir richtig schön mal ein paar Crash-Tests machen. Mit der Wand. Ich will ja hier niemand anderen zu Schaden kommen lassen. So, und? Yes, 1000. Also, wir haben 500.000 Punkte. Und jetzt machen wir ein paar Unfälle. Zack. Ah, ist das schön, ne? Hier, die Ampel noch. Zack. Zack. Sie hat uns in ihren Fängen... Ah. Zack. Zack. Und nicht mehr viel. Oh. Und? Beförderung? Beförderung? Scheiße. Keine Beförderung, aber eine neue Folge. Und da machen wir dann in der nächsten weiter. Bis dann. 都是 Schäffer. Okay. Bahne.